Hallo, ich bin die Paula, ich mache eine Ausbildung zur Mechatronikerin und ich bin der Alessio, ich mache eine Ausbildung zum Elektroniker und wir geben euch heute einen kleinen Einblick in unsere Ausbildung. Das Besondere an der Ausbildung bei WIKA ist, dass man direkt von Anfang an integriert wird. Man durchläuft viele Abteilungen und weiß, wo man nach der Ausbildung hinkommen könnte. Bei WIKA ist besonders, dass wir eine eigene Firma haben, die von uns Azubis geleitet wird, WIBAI. Bei WIBAI verkaufen wir Artikel von WIKA, die nicht mehr gebraucht werden, aber immer noch funktionieren. Wir lernen bei WIBAI auch viele Dinge dazu für unser zukünftiges Leben, wie Prozesse innerhalb einer Firma richtig ablaufen. Das ist natürlich auch gut im Thema Nachhaltigkeit. Hier bei WIKA gibt es natürlich auch gratis Getränke und leckeres Essen. Uns ist wichtig, dass wir bei WIKA mit den Auszubildenden wertschätzend kommunizieren und uns auf Augenhöhe begegnen. Wenn du Lust hast, bei WIKA eine Ausbildung zu machen, sei es jetzt im kaufmännischen Bereich, im IT-Bereich oder in einem unserer technischen Berufe, dann bewirb dich bei uns. Wir freuen uns auf dich! WIKA 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 Vielen Dank.